also welche richtung ging es und unsere richtung war ja die hüter gehen wenn die überhaupt in die richtung hier noch sind oder nicht uns gerade suchen ja außer wir haben mal ihre brüder gefunden da können wir uns dafür kämpfen bekommen gibt es ein blutbad meinst du wir finden deren haus warte komm mit schlubs was lauer fackeln drin sind das sind fackeln nee nein nur zwei die ich gerade gemacht habe aber warte ich glaube tomas hat sich aber diese brücke da gebaut ich sehe dich nicht hier hinter dir aber hier war nämlich es war ein bisschen auffällig oder in unserer wasserbasis das ist mit dem wasser das ist hier irgendwie ein bisschen verdächtig habe ich schon geguckt da ist leider nix warte mal hier ist ein einzelner wasserklotz das ist mir auch verdächtig wir müssen uns gleich wieder einbuddeln das ist dir bewusst wir sind doch knallhart diese halbe welt die regt mich voll auf hier ist bei mir alles aufgebaut ich will die connect einfach mal kurz ok hat sich nichts gebessert wo ist wasser verdächtig mit dem schwein noch verdächtiger äh ne jetzt mal ganz ehrlich ich hab keine idee wo die sein könnten das ist die haben hier echt irgendwo in dieser richtung die haben so eine riesenwüste hier heute immer schön im wasser gucken warte das verdächtig hier ist ein kreuz wo nein nein vielleicht ist das auch irgendwie daneben wo ich kann mit dem kompass rüberkram ne ne irgendwie hey das sieht doch nach dem versteck aus vielleicht ist ja auch nur das kreuz hey guck lass uns einfach mal in die wand buddeln genau du machst die wand auf ich ich hab kein werkzeug grad und du machst auch wieder zu äh los lass mich da rein baue irgendwie einen raum es wird nacht also ich würde auf jeden fall von thomas die sicht nochmal gucken ich hab auch ähm hey sehn nam mickel 16 was ist das du bist ein held mach mal fackeln halt mir mal wach du musst auch fackeln nicht dass es noch lame wird für die zuschauer hm es ist schon irgendwie ein bisschen lame grad wir suchen die und binden die nicht wir müssen uns eingraben hey du glorie ach man da 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 ach verdammt jetzt hat mich das video über die letzte fähigkeit gespoilert ah die blase machen ja ich wollte es dir nicht sagen ja drecksvideo oh oh aber jetzt weiß ich ne lösung von dem level oh du glorie tanzt warum soll ich denn aufpassen moment hier steht ein kommentar von dir lustig und schön gemachtes rätselspiel ich kann es nur weiter empfehlen an personen welche gern ihre grauen zellen etwas mehr anstrengen oder ein video über die lösung gucken hm 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 entweder gaben die sich ein oder sind in ihrer base oder gehen grad zu ihrer base oder sie suchen uns hm über was wollen wir reden ähm keine ahnung kauft äh ja okay lass uns über die Fackel reden also die Fackel die ist ja wunderschön ja also die Verarbeitung von dem Holz ja also genial und dann und dann glüht das hier oben und brennt so ein bisschen das ist rot hier oben das muss so eine richtige Kunst sein das herzustellen so genau genau voll lame ich hab Gold gefunden die wir scheitern aber ohne Hände äh was du hast Goethe platziert ja geh geboten blöde werdet 1 9 mit wirklichen sie ist so fast den Helm verdeckt die Augen nehmen sie nix ich wo bin ich guck mich mal an als hätte richtig dicke Augenbrauen oh Gott die 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 das gibt es noch für Spiele um ganz viele 25 Spiele auf meiner Wunschliste der Kursen wird so laut vorlesen das ist mir doch egal also was das für ein schall steht an der 2 sind nur erweiterungen oder sowas 26 auf der runden schiste einmal warms wiederholt super meatball suizid um wo ist das ich space schien ist das für müll das ist irgendwas regelmäßiges man kriegt nur noch sachen für team fort in diesen anstecker da kriegt man und war und dann kommt dann kommt ein richtig geniales spiel eines medris returns ist gut haben schon gespielt mir was echt hast du das nicht nein gehört um das halte ich mag das vor der 2 also der vor der 1 habe ich da vor der 2 nicht folgt new vegas was letztes im angebot war und ich bin kein geld gegeben gar um die müssen das ist das für geld spielt welches denn bis diese dass das was dh a n t e l i s e ist das er ist weiß ich selbst nicht für die aufmerksamkeit und so zwei mani andere man da ach so dass sie so sind der pano api g ah Prozent gut die Schäuern schauscher ist der reise aus aber um mit rei nächst nur müssen rungen die sich wieder möglich du bist der bist uro um Dominik der Hebt Hocken Prozent und du magst doch kein Kontosteignet Klobiogelehrer eine Wunsch ist bestätig und das bei global offensiv Prozent Prozent und steht auch auf der Becken von sich ach ja das kann auch so aus das habe ich noch original ich habe nur Half-Life aber nicht so aus und Trauma steht da natürlich auch noch es ist Nacht ich guck mal was er so abgeht dann such mal einen Baum und bring mir Holz her und Creeper es gibt es noch nicht so viele Leute wir sind mit zu viele Leute die mich angucken ach so wie sehr mit mir ist stimmt die Woche ein mit folgenden Gruppen auch zu macht so was es ist was im Fall ist was aber auch mein Gott Aukawa brauchst du mich du hast mich gehauen ich hab dich nicht gehauen auch bis zu sein vom Gefallen auch Mann jetzt ist meine Rüstung gleich kaputt wegen dir Sandstein ich find eh gleich Tag ey jetzt hör mit deinen Items auf ja du hast nicht ach ich dachte schon ja es heißt eigentlich Items glaube ich ist mir egal ich muss trotzdem Items ein Herr MK kauft mit Killing Floor nee ich hab kein Geld aber 45 Euro auf Steam nein ne wie viel denn äh weniger ne mehr 40 ne weniger und er sagt neulich nein äh aber bei Limbo ging es mir echt um die Sache dass dass es mir für 10 Euro zu teuer ist warte mal dö 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 mhm Tom... äh du ertrinkst von euch? ha? will ich ertrinken nicht? ach du wurdest weggespült dddddddddm gokart mal bei ebay wie viel limbo kostet limbo kann man nicht so kaufen doch und xbox in 3er park mit noch zwei anderen spielen kann man es kaufen was so nirgenden muss dann für fünf euro David Hesselhoff jetzt komme da raus Du, der Limpo. Die Hemix, ein Euro. Jetzt kommt da raus. Ja. Lass mal irgendwie wieder zur Richtung Sporn laufen. Ach, hier, da. Komm, wir kriegen die. Richtung Sporn. Komm. Sagt sich. Richtung Sporn. Ja, aber wir können sie dann immer noch suchen gehen. Ja, aber wir können sie immer noch suchen gehen. Ja, aber was, wenn die bei uns suchen? Oh, bestimmt. Ernst, Gott. Stirb. Ja. Danke. Voll den Lenya-Looter hier. Alles einsam. Da ist jemand. Wo? Da, mein Creeper. Ey, Mann. Hör jetzt mal auf mit diesen Creeper-Scheißen und so. Es geht hier um was. Ja. Müssen sie töten. Wir haben keine Zeit für Witze mehr. Aber für Holzabarbeiten. Puh. Um einen Ofen zu machen, den du mit dir rumträgst. Immer. Zu jeder Zeit. Warte, ich mach einen Ofen. Hat er ein Pilz da irgendwo hingesetzt. Der war da schon. Genau. Wie viel Fleisch hast du? Ein Ungebratenes. Ein Gebratenes. Ähm. Ein Ungebratenes. Gut, dann kriegst du das, was da jetzt drin ist. Und das, und noch eins. Aber pass du mal auf, dass hier keiner rankommt. Bin dabei. So, jetzt kannst du dein Fleisch rausnehmen. Nimm raus! Nimm raus! Moment, ich hab nur kurz geguckt. Schneller! Oh, das ist die Workbank. Ich muss meine drei noch warten. Ich halte Wache. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So, danach nimmst du diesen Ofen mit. Und du lässt ihn immer bei dir. Was steht denn rechts von mir? Du? Ja. Oh. Oh. Das ist ein Schaf. Ich wollte grad sagen. So. Nimm den Ofen mit. Und wehe. Der bleibt irgendwo wieder auf der Strecke. Und jetzt Richtung Sporen laufen. Du hast einen Kompass. Mhm. Lass dir jetzt ein Messer. Komm. Hä? Ich hab nur mein Inventar sortiert. Ja, ja, ja. Das wirst du sehen. Das wirst du sehen. Ja, ja. Wenn du dir die Stelle anguckst. Merk dir eine Stunde 40 Minuten. Fischer. Dort. Äh, ich glaub' nur mal mal mal. Was denn? List. Ah, okay, nein, nix ist da. Ich hab nur noch eben gelesen, wie nein, nix ist da. Ja, der ist auch gleich wieder reingekommen. Kein Wort. Das hab' ich nicht gelesen. Ähm. Hör auf. Hier geht's runter. Oh, ach, hör, bist du. Äh, da ist er, da ist er, da ist er, da ist was. Da ist er, da ist er, da ist er. Los, Handgriff. Äh, hier geht's zu weit runter. Äh. Da hinten. Dann sollt' den Jelle einmal wohl schon verloren. Was ist der Name? Die Welt, die baut sich nicht auf. Nein. Komm her, zu mir runter. Warte. Wo ist er? Wo ist er? Warte, steh ich. Das haben wir doch gerade gesehen. Wo dahin? Ich weiß es nicht. Da, hier, dahinter, da, links, rechts. Oh, warum? Komm, 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 komm. Da. Da, da, da. Komm. Ich beeile mich doch schon. Du musst du stecken. Ja, ich kann nicht so schnell laufen. Ne, kommt an, ne, kommt an. Ja, die sind so. Ja, es ist da. Ja, es ist da. Nein. Nein. Ja, komm. Noch eine Stunde, er ist tot. Er kann nichts anzünden. Erst noch ein Hit. Noch ein Hit. Äh, der hat's gleich gefuttert. Ja. Ja. Immer Inventals voll. Wir müssen das Fleisch wenigstens mitnehmen. Ja. Mach' auf, sag' auf. Ja. Da haben auch einen Spawner gefunden. Oh, das macht nichts. Ja, der hat keinen Hör, der ist dauernd. Sch... Ich bin fast da nicht so schnell? Schnell zum Spohnen! Find ich, Tim! Jetzt habe ich viel damit später! Wir haben vergessen den Todschreiben! Äh... Ja, das wissen wir jetzt so langsam... Dead! Ah, der war schon! Da läuft er! Ach so was? Komm, wir noten uns! Komm, du von rechts, ich von links! Er läuft nämlich genau in die Richtung rein! Das so epic ist! Ja, genau! Ja! Zweite Tod! Wo ist der andere? Pff! Betten Thomas regt sich ja total auf! Ja! 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 Episch! Ja, da! Ich seh den Thomas an! Er ist im Spornhaus! Ja, und wo ist denn da nichts? Keine Ahnung! Na nichts hat... hat geschafft abzuhauen! Er kämpft ins Spornhaus! Nee, komm, ich bin ja um einen Baum! Na 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 na! Okay, na nix hat noch zwei Leben! Thomas hat nur ein Leben! Ja! Ich glaub, na nix holt jetzt ausrüstung mit zu ficken! Oh, das darf man gestern, um uns... Ja, also auch in meinem Let's Play darf man das sagen! Ich bin 18! Ah, gut! Ist mir egal, was meine Zuschauer da zu denken! Ja, aber das ist... Die Sache wahrscheinlich ist gleich! Die... Komm, das ist eh schon so ein Thema! Die gewinnen sowieso, ey! Die kann es nicht mehr schaffen! Wenn du jetzt da runterschwingst! Bin ich tot! Ich weiß! Ähm... Du hast den Ofen, stimmt's? Ja! Wie viel Eisen hast du noch? Ungef- so um die... 5 von denen! Ja, das... Ich glaub, die wollten auch Wölfe suchen! Warum platziere ich einen Baumstamm, den ich grad abgearbeitet hab? Fail! Ich mach nämlich jetzt den Ofen... Ah, das ist Spawnbereich! So! Und brenn mal die letzten Eisen hier ein, um mir meine Rüstung wiederherzustellen! Ein bisschen! Ja! So! Zack! Äh, die haben Moosstein! Karten! Ja? Ja, die haben ja uns vorne gefunden, die haben ja Kakaoboden gehabt! Das ist sicher so ein Geil... Kein Geil wie wir, Oberfläche! Achtest du auf Thomas? Er läuft! Das kommt aus! HALMAAA! Thomas, der hat verloren! Schon mal! Ja! Die Firm war umspringen! Äh, heil dich mal! Ich hab noch voll AP! Ich hab nur zwei verloren! Leu! Jetzt hab ich schon noch voll AP! So, mal die Schuhe wechseln... Okay, jetzt ist nur mein nächster! Der hat noch zwei Leben! Ähm... Hast du noch einen Eisen-Barn? Ja... Was willst du denn? Ja, warum solltest du nicht zählen? Wo musst du denn? Ich bin hier oben! Ich bin hier oben! Ich bin hier oben! Loll! Oh, what the fuck! Es wird... Nacht! Es wird Nacht, ja! Ja... Wenn die... Thomas regt sich voll auf, ja! Ja, regt sich auch auf! Ich möchte ja aufnehmen! Wenn das Aufnahme beendet, Gott! Äh... Hier auf der anderen Seite bin ich, hm... Ähm... Ich suche jetzt einen Mann, Alex! Moment, ich geb dir noch heißen! Werf einfach runter! Oh! Äh, anderthalb Herzen verloren nur! Ach, gib doch! Ja! So... Moment! So... Da-da-da-da-da! Jetzt wird nur noch die Frage, wo ist Nonex? Hm... Wo bist du wieder hin? Ich bin... Warte, warum? Dann bin ich in die Richtung, wo ihr... Ihr Häuschen sein könnte, irgendwo! Naja, Thomas sowieso auch noch rennen! Er kann nirgendswo schon mal hinrennen! Ähm... Und wir müssen... Ich muss mich einbuddeln, eigentlich! Wie kaputt sind deine Schuhe? Sehr kaputt, stimmt's? Äh... Hä? Nein! Nein! Kann mal ein Viertel... Nicht mal ein Viertel kaputt! Loi... Ich hab, glaube ich, ich hab mehr gefightet, man merkt es! Ich hab nicht einen Schlager bekommen von Thomas oder so! Oha! Ey, wenn du auch immer überall runterspringst, grad mal hier rein! Fuck! Ich hab einen Kompass gegraben! Oha! 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 Ich hab' mir einfach nur die Nacht überleben! Los! Komm hier rein! Los, ich kann uns hier abbauen! Bohrüberreich! Also... Nein, wieso Menschen sind doch egal! Ist das ein Name? Mach zu! Ne, ich dachte, das ist ein Name! Komm! Okay, okay! Schlag ein! Und wenn... Die kriegen nicht mehr so viele Tipps! Alter, wie lange soll denn das Battle noch gehen? Das geht erst... Ja, geht nicht so lange! Das geht gleich zwei Stunden! Gut! Machst du... Vier halbe... Stunden Parts! What the fuck! Hier hat einer, ähm... Mofa... Verkauf für ein Euro Startgebot! Das geht noch zehn Minuten, das Gebot! Ein Euro wurde geboten! Ein Gebot! Bitte drauf! 250 Vollkauf! Äh... Der PFE, ähm... Minimalpreis! Kann man nämlich einstellen! Ja! Ich geh mal auf MKs Kanal und gucke, was da so für eine Scheiße geschrieben wurde! Ähm... Da steht eh nichts! Let's Play Minecraft! Ach so, ich hab bestimmt ein paar neue Kommentare jetzt! Ja! Cooles neues Intro! Wenn dir Penumbra dir gut gefallen hat! Ja, das von Tattoo will ich kennen das! Ja... Ähm, okay, du hast ein... Firebone HD hat... Schöne Werbung für dich gemacht! Und da hat ihn schon gerächt, den Kanal! Ich muss pinkeln! Ey, du gehst jetzt nicht pinkeln! Moment, ich geh kurz in die... Oah... Oah... Näh... Oah... Wo kann das drüber alles aus?! Hm... Meine Fucken! Ach ja, und hier, damit ich Zeugen hab! Wenn MK insgesamt Tavosons Team Errungenschaften hat, kaufe ich ihm was! Ein Geschenk! Feier! 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 No! Du bist ja so ein Erfolgs... ...Hunter! Oah... Mann... Die Nacht ist... Nervig! Da-dam... Da-da... Ha-ha! Fuck, hab ich weggemacht! Da-dam-dam-dam-da-da... Ich hab jetzt die Booster-Tropper-Demo runtergedacht, aber immer noch nicht gespielt! Das ist ein 5-Euro-Spiel mit den... ...260 Errungenschaften! Wenn das Spawn-Camping gewesen wäre... Na gut, das war wirklich so ein bisschen Camping, aber... Na ja... Wenn die Laufen sind ja auch die ganze Zeit... Thomas ist ja bis zur Nacht laufen können! Äh... Mann... Ich mag die Nacht nicht, das dauert zu lange! Lust, irgendwas zu spielen? Seh was, was du nicht siehst... Seh was, was du nicht siehst... Seh was, was du nicht siehst... Und das ist... Nein, Kohle! Mist, wir haben kein Papier! Sonst hätten wir... Eine Schere könnte ich doch machen! Weil das hätte man dann so machen müssen, dass man's rauszieht... Und... Stein! Böre! Stein! Fackel! Papier! Kann noch spielen! Kann noch spielen! Maum! Schere Stein-Papier, Minecraft wäre sicher! Oder an welches Spiel denke ich gerade? Du sagst Sachen aus einem Spiel natürlich nicht so können! Nein, wir machen jetzt hier nicht so ein... Dings! Ich achte darauf, dass die Namen hier irgendwie mal... ...an uns vorbeilaufen! Ich schieße ganz viele Leute mit Manaka ab! Äh... What of duty! Ah, ey! Lauf mal nicht hier rum, ey! Das nervt! Äh, ist der Tag werden, das dauert viel zu lange! Warte, bleib mir eben so stehen! Bewege dich nicht! Aua! Deine Hexbox ist... ... sehr, sehr klein! In Minecraft! Aua! Entschuldigung! Ja, ich lass jetzt! Ich hab jetzt zwei Kekse wegen dir verschwendet! Die's eh nicht bringen! Ich hab mein Eisenspitzhacke wegen dir verschwendet! Ich hab jetzt drei Diamantschwetter! Hm, welche soll ich leben? Ich hab gleich drei... ...genutzt! So, so... Ach, Mann, das dauert viel zu lange! Ich glaub, Thomas immer im Spawnhaus ist! Ich weiß es nicht! Einfach ausgehen! Lass mal auf Nacht! Wir sind immer... So... Ich glaub nicht, dass sie zu weit vom Spawn gebaut haben! Glaub ich auch nicht! Weil... Spinne! Zwei-Hit? Der für Thomas viel zu viel laufe! Boah, hat mich der Name gerade erschrocken! Weil er genauso klein ist wie der von Narnix! Ähm... Name! Hinten! Thomas! Der ist sowieso rausgeschieden! Der Töte... Wenn er meint, er hat noch ein Leben, dann greif ihn doch einfach an! Naja, ist mir zu weit gelaufen! Hau ab! Hau ab! Ja, vielleicht läuft er zu deiner Base! Ja, dann hauen wir zu ihm hin! Wo ist er denn lang gelaufen? Ähm, der ist nach hier hinten zurück zum Spawn gelaufen! Das ist ein Zombie! Ich glaub, der wollte zurück zur Base! Dann sind wir schon in der richtigen Bestimmung zur Base! Dann sind wir jetzt... ...dass uns... ...dass uns... ...dass uns zentraten aus! ... das okay so anieren und hier 생iono... ...dass uns jetzt gleich noch ein bisschen mehr Platz und in der Hang meine Standards zu helfen! Lisa nicht!